Wir im BB wird Ihnen präsentiert von Sehne. Ausgebildete Bäcker und Konditoren sowie betriebseigene Rezepturen machen unsere Backwaren einzigartig im Geschmack. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wir im BB. Oberhalb von mir ist der Killesberg und Sie fragen sich, was hat der Killesberg mit Wir im BB zu tun? Nichts hat damit zu tun. Warum wir aber hier sind, das verraten wir Ihnen gleich. Vorher gucken wir mal eben nach Leonberg. Dort wird nämlich diskutiert. Wie kann man Leonberg schöner machen? Noch schöner. Geht kaum, aber es wird diskutiert und wir waren dabei. Fachwerkhäuser, ein Brunnen, das alte Rathaus mit dem wunderschönen Marktplatz daneben und jetzt auch das neue Rathaus und ringsherum, naja, okay, auch nicht. Leonberg kann man noch schöner machen. Genauer gesagt geht es darum, die alte, schöne Stadtmitte mit der neuen, gut besuchten Stadtmitte zu verbinden. Viele Besucher kommen nämlich gar nicht mehr in die Altstadt, sondern nur noch bis zum Leo-Center. Jetzt sollen Investoren in einem Wettbewerb zeigen, wie sie das Problem lösen wollen. Die Leonberger aber sind zum Teil skeptisch. Ist ja tatsächlich die Höhenüberwindung wichtig. Insofern kann man also diese Brücke nicht sagen, naja, irgendwie machen wir sie vielleicht auch nicht. Aber was ist, wenn ein Investor mit einer geringen Anzahl von Planungsbüros so ein großes Areal geplant? Ist das nicht alles aus einem Guss schlussendlich? Leider müssen ja einige Bäume gefällt werden. Ich möchte jetzt aber wissen, wie das im ganzen Gebiet verteilt wird. Die Frage ist einfach nach dem Zeitpolizont. Ich würde es interessieren, was für Straßenplanungen vorgesehen sind in dem Areal. Wer betreibt was? Wer bestimmt letztendlich, was da passiert? Vier Experten, die den ganzen Tag beraten haben, antworten und bemühen sich, alle Zweifel auszuräumen. Oberbürgermeister Schuler ist von dem Projekt überzeugt und weiß, dass es schwierig sein wird, alle Bürger mitzunehmen. Es ist zwangsläufig so, dass in einem so frühen Stadium des Projekts die Konkretisierung der Vorstellung noch nicht so weit ist, dass alle Bürger zufrieden sein können. Warum es um uns heute ging, ist aufzuzeigen, womit wir uns beschäftigen, Transparenz zu schaffen, Offenheit für andere Gedanken und auch aufzuzeigen, wohin die Reise in den nächsten Jahren geht, unter der Voraussetzung, dass die Konjunktur läuft. Bis die Pläne Gestalt annehmen, wird es noch dauern. Spatenstich ist vermutlich 2021. Und dann ist das neue Rathaus hoffentlich nicht mehr lange das einzige Gebäude, das hier in der Abendsonne glänzt. Ja, wenn ich mir den Himmel so anschaue, so richtiges Freibadwetter ist noch nicht angesagt, obwohl schon einige Freibette offen haben. Aber sobald die Sonne rauskommt, da kommen sie raus, die kleinen haarigen Biester. Und ich meine damit nicht unrasierte Männerbeine, sondern die Eichenprozessionsspinner. Die kleinen bösen Raupen, die versauen einmal so richtig ab und zu den Tag. In Sindelfingen soll das kein Problem mehr sein, denn dort gab es einen Impftag. Viel zu tun gibt es dieser Tage für Christian Mössinger vom Amt für Grün und Umwelt der Stadt Sindelfingen. Es bleibt nur ein kleines Zeitfenster, um so etwas zu vermeiden. An einem Radweg nahe der Autobahnauffahrt Sindelfingen-Ost hängt ein Nest, oder Gespinst, wie der Fachmann sagt, des Eichenprozessionsspinners. Also wie man hier gut sieht, ist es ein altes Gespinst vom Eichenprozessionsspinner aus den Vorjahren, zwei, drei Jahre alt, also nicht mehr bewohnt, wo wir aber natürlich auch jetzt mechanisch abarbeiten müssen. Das Nest muss weg, weil auch von ihm noch Gefahr ausgeht. Die Brennhaare der Raupen bleiben nämlich auch nach deren Verpuppung noch gefährlich. Kontakt mit diesem Eichenprozessionsspinner und auch den Nestern, Gespinsten auf jeden Fall vermeiden. Es gibt Hautreaktionen durch den Kontakt, aber auch durch die Brennhaare, die durch den Wind weitergetrieben werden können, kann es auch zu Bindehautentzündungen kommen, Entzündungen der Atemwege. Also auf jeden Fall den direkten Kontakt vermeiden, aber auch die Umgebung vermeiden. Das Entfernen also den Profis überlassen. In Sindelfingen sind die jetzt schon im Einsatz und haben alle Hände voll zu tun. Zur Bekämpfung müssen die Blätter der Bäume gerade ausgetrieben sein. Außerdem braucht man windstilles und trockenes Wetter. Wir haben ca. 1400 Eichen im gesamten Stadtgebiet. Wir spritzen schon seit 10, 15 Jahren prophylaktisch mit einem biologischen Insektizid, das die Raupen kurzer Zeit abtötet, dass wir da einfach schon prophylaktisch dagegen vorgehen. Wer keine Eichen im Garten hat, muss sich übrigens auch keine Sorgen machen. Die giftigen Raupen gehen nicht an andere Bäume. Wer eine Eiche hat, sollte die besser im Auge behalten und wenn ein Gespinst auftraucht, sofort einen Schädlingsbekämpfer holen. Und wir sind hier immer noch in der großen Stadt Stuttgart. Unter mir die Stadtbahn und hinter mir die Werner-Siemens-Schule. Und hier auf dieser Schule treffen wir den Herrenberger Mahmoud El-Dazuki. Und das ist der Filmemacher von einem ganz, ganz tollen Film. Mit einem Riesenprojekt ist er an den Start gegangen. Und was er für einen Film gemacht hat, das fragen wir ihn gleich. Ich besuche ihn jetzt erstmal auf dem Schulhof. Stellt das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Und jetzt stehen wir hier mitten im Grünen in Stuttgart. Sag mal, wie heißt eigentlich die Schule, auf die du gehst? Werner-Siemens-Schule Stuttgart. Und da haben wir dich jetzt einfach mal aus dem Unterricht rausgeholt. Ich habe dich vorhin schon angekündigt. Du bist der Mahmoud und du bist der Projektleiter, der Filmemacher. Sag mal, um was geht es denn ganz genau in dem Film? Also in dem Film geht es um eine Problematik darzustellen. Die aktuelle Flüchtlingsproblematik. Und worauf wir vor allem Wert gelegt haben, ist die Familiensituation zu zeigen. Die Flüchtlinge kommen her und haben allgemein schon etwas Schwierigkeiten, sich hier zu integrieren. Es gibt Hürden. Und in so einem Moment ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass eben die Familie beieinander ist, um so eine Hürde gut zu überstehen. Und das ist eben meistens nicht der Fall, weil eben auf der Flucht die Familie getrennt worden ist. Und das ist, wo wir mit dem Film ein bisschen Fokus drauf legen. Wer kam eigentlich auf, die Idee, einen Film zu machen über, in dem speziellen Fall, einen Flüchtling, der irgendwann mal in Herrenberg strandet? War das deine Idee oder waren da auch noch andere daran beteiligt? Also das war meine Idee. Ich wollte schon immer mal gern einen eigenen Film drehen. Ich habe schon lange mit Film zu tun und so, aber ich wollte mal endlich ein eigenes großes Projekt im Bereich Film machen. Und als ich am Drehbuch war und überlegt habe, was ich denn schreiben könnte, kam eben dieser Geistesblitz, dass ich auf diese Problematik gerne eingehen möchte und zu zeigen, was denn da eigentlich gerade so abgeht und da einen kleinen Punkt setzen. Ja, aber wenn du so ein Projekt ins Leben rufen möchtest, dann brauchst du natürlich mehr als nur dich als Kameramann und als Cut am Ende des Tages. Gab es denn irgend so etwas wie ein Casting? Und wer hat da am Schluss mitgemacht? Also es gab kein Casting, aber sobald das Projekt zu Ende geplant war, so dass Leute mitmachen können, habe ich eine Anzeige im Amtsblatt geschaltet, so dass sich Leute melden können, die Interesse am Film oder Schauspiel oder allgemein einfach daran haben. Dann haben wir uns getroffen und haben geschaut, was die Leute denn so interessiert, wie zum Beispiel der Alex, der als Schauspieler mitgewirkt hat. Ja, Alex, also du bist dann auch über das Amtsblatt darauf aufmerksam geworden und hast gesagt, da mache ich mit. Was war genau dein Job bei dem Film? Genau, ich hatte zwei verschiedene Rollen bei dem Film. Die erste Rolle war, ich war so ein Parkourläufer, denn Mahmoud kannte mich von der Schule und wir haben immer mal wieder geredet und er fand es interessant mit dem Parkour und hat gesagt, ich soll doch da einfach mal mitmachen. Das war dann meine eine Rolle und als zweite Rolle hatte ich dann noch ein Gangmitglied. Das heißt, ich habe ein Gangmitglied gespielt und dargestellt und ja. Und vielleicht sehen wir dich auch tatsächlich in dem ganz kurzen Ausschnitt, weil über den Film haben wir schon gesprochen, gesehen haben wir davon noch nichts. Zeigen tun wir es Ihnen aber jetzt. Ja, Alex, jetzt haben wir dich ja ganz kurz zwar nur, aber dennoch zweimal gesehen. Wäre es was für dich, mal zukünftig Schauspieler zu werden? Also ich habe es mir schon mal überlegt. Ich habe früher mal Theater gespielt, dann ist es ein bisschen ruhiger geworden, jetzt wieder bei dem Film. Also es hat extrem viel Spaß gemacht und ich bin offen für Neues und würde auch gerne wieder bei so einem Film mitspielen. Ja, und da wäre nämlich gleich die Frage an Mahmoud. Mahmoud, wie viele haben denn jetzt außerdem Alex noch bei dem Film mitgemacht? Also insgesamt waren wir um die 30 Leute, also es haben sich um die 30 gemeldet, als ich diese Anzeige geschaltet habe und da haben wir uns getroffen und mal geschaut, was die Leute denn so interessiert. Ja, 30 Schauspieler brauchst du ja nicht. Genau, also es waren so eine gemischte Gruppe. Also die überwiegenden Leute waren interessiert für Schauspiel, das macht auch Sinn, weil für Film brauchen wir nicht so viel im Vergleich mit Schauspieler, weil wir hatten viele Rollen zu belegen und genau da waren ein paar Filmemacher, also so um die fünf Leute, die sich für Film interessiert haben und dann haben wir so ein Team gebildet. Kamera, Tontechnik. Genau, Kamera, Tontechnik, Cutter, alles räumendurch. So, und jetzt geht es ja bei so einem Projekt, das du jetzt aufgetan hast, der nicht nur um Zeit, es geht nicht um deine Zeit, sondern es geht auch darum, das kostet am Ende des Tages Geld. Die Schauspieler werden wahrscheinlich ehrenamtlich dabei gewesen sein, aber Material, wir hatten euch dabei unterstützt. Genau, da hatten wir super Unterstützung von der Stadt Herrenberg durch den Projekte-Pool und die waren auch als Ansprechpartner da, das heißt, wenn es irgendwann mal Probleme gab, Drehgenehmigungen und so weiter, konnte man sich da immer melden und das war einfach eine super Kooperation und hat super geklappt. Und jetzt ist es natürlich wichtig für alle zu wissen, wo kann man ihn sehen? Okay, also er wird natürlich auf sämtlichen Online-Plattformen zu sehen sein, aber es ist auch eine große Premiere geplant in Herrenberg, wo der Film dann ausgestrahlt wird, wo man eingeladen wird und schauen kann. Aber gerne können die auch dann unserer Twitter-Seite folgen, denn da halten wir alles auf dem Laufenden, wann auch die Premiere stattfindet. Und die Twitter-Seite, die blenden wir jetzt einfach mal ganz spontan hier ein. Jetzt hast du vielleicht Blut gelegt, hast du ein neues Projekt, hast du vielleicht noch eine Idee und sagst doch, sowas, was ich jetzt gemacht habe, das möchte ich gerne nochmal. Also ich denke, ich mache auf jeden Fall sowas wieder, aber wahrscheinlich nicht in kommender Zeit, weil ich wie gesagt jetzt langsam auf mein Abi zulaufe, das heißt, jetzt stocke ich erstmal ein bisschen runter, mache vielleicht nur noch so kleinere Wochenend-Filmprojekte oder so. Das war wie gesagt jetzt dieses große Projekt, wollte ich noch vor meinem Abi durchziehen und jetzt kleinere Projekte und mal schauen, was dann in Zukunft kommt. Ich probiere gerne viele neue Dinge aus, genau. Na, vielleicht sehen wir demnächst den Alex auf dem roten Teppich mit einem Oscar in der Hand und dich vielleicht als Regisseur. Das war es auf jeden Fall von hier und wir freuen uns auf eine neue Ausgabe und die gibt es natürlich nächste Woche wieder. Wir in BB wurde Ihnen präsentiert von Sene, Ihr Familienbäcker.